Ah, die wollen sich auch, die wollen sich immer. Viele hatten ja eine, ne? Hatten ja viele eine damals, ne? Ja, und dann war die Frage, Leute Alexander? Ja. VW-Käfer oder BW? Hat immer der Leute gewonnen. Immer. Hat immer der Leute gewonnen. Das klingt besonders blöd. Das ist nicht nur ein Live-Bot holen, wenn ich auf der Heimweg bin. Das ist ein schöner Ausflug gemacht, ein kleiner. Ja. Auf den Weg, gute 50 Kilometer. Tja, perfekt. Perfekt. So muss das sein. Ohne Kraft und ohne allem. Klaus, wir hören voneinander. Ich melde mich, finde ich. Weiß jetzt, wo ich wohne. Sobald ihr was weiß, mit Tom, sage ich dir Bescheid. Alles klar, per Telefon. Auf jeden Fall. Ciao. Macht's gut. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020